Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video von TCH Support. In diesem Video möchten wir gerne zeigen, wie man Ubuntu etwas schneller machen kann. Zunächst einmal müssen wir natürlich noch den Hinweis euch geben, dass dies ein Video ist, was nur zeigt, wie man mit den vorinstallierten Mitteln von Ubuntu 11.10 Ubuntu schneller macht. Es gibt natürlich viele Applikationen für Ubuntu, externe Applikationen, die Ubuntu schneller machen, aber diese werden wir in diesem Video nicht vorstellen. Wir zeigen, wie man das macht, ohne externe Programme. Davor noch kurz der Hinweis, Ubuntu wird mit der Zeit nicht so viel langsamer als andere Betriebssysteme, aber es gibt schon einige Tricks. Schauen wir mal, zunächst einmal sollte man analysieren, wo denn eigentlich die Programme sind, die den Rechner langsam machen. Dazu haben wir hier zum Beispiel Ubuntu Unity als Oberfläche. Wir können auf Suchen gehen und geben hier ein Systemüberwachung. Das Programm lässt sich natürlich auch über die alte Oberfläche Ubuntu Classic aufrufen. Ich drücke auf Systemüberwachung und unter Dateisysteme können wir direkt sehen, was am meisten belegt ist, wo welcher Speicherplatz war, beziehungsweise wo was belegt ist. Bei Ressourcen und Prozesse kommen wir gleich noch dazu. Zunächst einmal ein Blick auf Dateisysteme. Wir sehen hier, wir haben hier die Festplatte und da sind 32% belegt. Mit einem Doppelklick drauf kann ich dann das Ganze im Nautilus öffnen. Und da kommen wir auch gleich zur ersten Maßnahme zum Schneller machen. Wir sollten mal nachschauen, wie unsere Festplatte überhaupt, wo überhaupt die großen Dateien sind. Was überhaupt die Festplatte belegt. Und dazu gibt es eine vorinstallierte Applikation in Ubuntu und die kann man finden über Festplattenbelegung. Ich gebe einfach nur ein Fest und habe hier Festplattenbelegung. Und wenn ich hier drauf drücke, sehen wir hier die gesamte Speicherkapazität und wir können hier einlesen, den persönlichen Ordner und einmal Festplatte oder einen Ordner einlesen. Auch ein entfernter Ordner ist möglich. Ich drücke jetzt einfach mal auf Dateisystem einlesen. Dann analysiert er das erstmal noch. Das dauert einen kurzen Moment. Wer aber eine entsprechend große Festplatte hat, der wird insgesamt nicht das Problem damit haben. Darüber hinaus ist die Festplatte meistens nicht der Faktor Nummer 1 für die Schnelligkeit eines Systems. Genau. Und dann sehen wir hier einmal, wo die großen Dateien sind. Rechts als schönes Kreisdiagramm. Es gibt auch als Tremap. Ich drücke es mal hier drauf. Und dann kann man hier auch sehen, wie er das Ganze macht. Aber ich denke, als Kreisdiagramm ist es für mich persönlich meist besser. Und wenn man hier drüber fährt, sieht man bereits die Anteile. User hat den größten Anteil und ich kann hier drauf drücken. Und er springt eine Ebene tiefer. Und dann sehen wir hier Chair einen großen Anteil. Wenn ich lange drauf bleibe, macht er mir die Unterebenen. Oder hier Lip. Source, Bin und so weiter. Also eine Möglichkeit nachzuschauen, wie ist meine Festplatte belegt. Wenn die Festplatte voll ist, ist das durchaus nützlich. Nächster Punkt, wir gehen zurück hier zur Systemüberwachung. Nächster Punkt sind die Ressourcen. Unter Ressourcen wird mir angezeigt, wie stark meine Geräte belastet sind sozusagen. Erstens, TPU-Chronik, wie stark ist mein Prozessor belastet. Das ist hier jetzt ungefähr immer 15, 16 Prozent, wenn ich hier nichts laufen habe, außer die Systemüberwachung. Und darunter sehen wir, wie stark ist mein Arbeitsspeicher belastet. Das sehen wir auch nochmal schön als Kreisdiagramm. Und wenn ich jetzt natürlich hier noch was öffne, und da mal ein paar Fenster aufmache. Sehen wir, wir hatten jetzt hier vorhin 406, 408, 411. Steigt entsprechend die Belegung des Arbeitsspeichers. Haben wir mal 412 Megabyte. Man kann übrigens die Farbe wechseln, wenn man hier drauf drückt, aber das mal nur ganz nebenbei. Und hier unten ist noch unsere Netzwerk-Chronik, die uns sagt, wo genau wir wie viel vom Internet verbrauchen. Derzeit verbrauchen wir nichts. Wir senden nichts, wir empfangen nichts. Nebenbei läuft keine Internetanwendung. Das Netzwerk wird nicht belastet. Gehen wir mal auf Prozesse. Dort können wir genau sehen, wo die Sünder sind sozusagen. Und dann sehen wir hier einmal den Status. Der ist eigentlich recht wichtig. Man kann hier drauf drücken, die wir jetzt oben, und dann wird sortiert nach dem Status. Und wir sehen, es schläft alles. Nur Gnome System Monitor, das ist das, was wir geöffnet haben. Das läuft gerade. Der nächste Wert ist auch sehr wichtig. Das ist der CPU-Wert. Der sagt uns, wie stärkt der Prozessor ausgelastet sind. Wir sehen, die Systemüberwachung verbraucht hier 7% des Prozessors. Und wir sehen, das ist schon ordentlich was, wenn man hier noch ein paar Sachen aufmacht. Zum Beispiel ein Fenster. Dann sehen wir, Nautilus verbraucht 15 oder 13% vom Prozessor. Noch ein kleiner Hinweis, das ist hier im virtuellen Computer auch so, der Prozessor ist eingeschränkt von uns. Es ist nicht so, dass die Programme generell wahnsinnig viel Prozessor verbrauchen. Und auch sehr wichtig ist, wie er verbraucht den meisten Arbeitsspeicher. Und wenn ich mir den Arbeitsspeicher ansehe, ich drücke, sehen wir, Nautilus verbraucht 30 Megabyte und damit den meisten Arbeitsspeicher. Und hier kann man einfach sehen, welches Programm verbraucht den meisten Arbeitsspeicher und dann gegebenenfalls drauf reagieren. Nächster Punkt ist, dass man vielleicht unnötige Software von Bord schmeißt, die man eh nicht benutzt. Dazu gehen wir auf das Ubuntu Software Center. Schauen wir mal drauf, ich öffne es. Und dann nehmen wir hier das Ubuntu Software Center, das öffnet. Und wir können hier eigentlich gleich auf den Punkt der installierten Anwendungen klicken. Da sehen wir nämlich alle die Programme, die auf unserem Computer installiert sind. Wir können hier auch welche suchen. Hier zeigt er uns gleich Kategorien, Barrierefreiheit, Büro, Grafik. Wir gehen zum Beispiel auf Grafik und da sehen wir hier Bildbetrachtung, Simple Scan. Und wenn jemand sagt, ich scanne eigentlich gar nichts, ich habe keinen Scanner, ich werde mir auch keinen anschaffen, kann er die entfernen und somit ein bisschen mehr Platz schaffen. Das kann das System noch beschleunigen. Nämlich einfach unnötige Programme, die man nicht benötigt, die installieren. Und dann dazu einfach draufklicken und auf Entfernen. Früher gab es noch in älteren Vosionen von Ubuntu den Synaptic Paketmanager, wo man genau die Pakete von Ubuntu hatte, aber der ist nicht mehr standardmäßig mit installiert. Jetzt noch ein Punkt, wie kann man das, noch zwei Punkte, wie kann man das System schneller machen. Einmal ist es die Startprogramme zu analysieren. Ich gebe mal Start ein hier in der Suche und dann haben wir hier Startprogramme. Und hier werden die Programme aufgelistet, die mit dem Start von Ubuntu mitgestartet werden. Haben wir den V-Box Client, weil es auf VirtualBox läuft. Und wenn wir hier, können wir auf hinzufügen gehen, können andere hinzufügen. Aber wenn man hier jetzt eine ganze Liste hat, kann man sich mal überlegen, brauche ich die überhaupt? Und dann gegebenenfalls den Haken raus machen. Oder hier auf Entfernen gehen. Und dann sehen wir, dann ist es weg. Dann kann der Computer schneller starten. Und es sind gegebenenfalls auch nicht so viele Hintergrundprogramme aktiv. Also Startprogrammeinstellungen sind nur ein Mittel, um Ubuntu etwas schneller zu machen. Und wir sehen hier die schicke Unity-Oberfläche. Die ist wirklich sehr schön, aber ist natürlich nicht für jeden, der eine schwache Grafikkarte hat, immer ein Segen. Zwar hat Unity Mindestanforderungen, aber es kann nicht schaden, wenn man die, erstens, wenn die einem nicht gefällt. Und zweitens, wenn man seine Grafikkarte schonen wird, diese sozusagen zu deaktivieren. Dann hat man das klassische Design von Ubuntu, das man aus älteren Versionen kennt. Dazu kann ich auch einfach aufs Ubuntu Software Center gehen. Gehe zu den installierten Anwendungen, wie wir es gerade gesehen haben. Und suche hier rechts oben dann einfach, da wo die kleine Lupe ist, wo ich suchen kann, suche ich nach Unity. Ich gebe Unity ein und dann habe ich hier die Unity 2D. Und wenn ich das alles gelöscht habe, ist Unity weg und ich entlaste meine Grafikkarte. Also das sind ein paar Möglichkeiten, um Ubuntu schneller zu machen. Aber je nachdem, wie stark man Ubuntu belastet, wenn man aber jetzt das Ubuntu 9 installiert und man möchte schneller machen, dann muss man wirklich an Profi-Einstellungen oder man überlegt sich, eine bessere Hardware zu kaufen. Wir hatten noch eine Bitte an euch. Schreibt uns doch einfach mal eine persönliche Nachricht über YouTube oder eine Mail an video.tthsupport.com, was ihr in Zukunft über Ubuntu sehen möchtet. Und außerdem könnt ihr uns natürlich immer Fragen stellen. Wir beantworten eure Nachrichten gerne. Also viel Spaß mit Ubuntu und wir hoffen, euch hat das Video gefallen.